Ich find's uhrgeil. Boah, ich krieg langsam Hunger. Willst du weiter chillaxen oder irgendwas essen gehen? Ich wär für was essen gehen, oder? Ich hab irgendwie Bock auf ne Mafia-Torte. Ne, da hab ich jetzt grad gar keinen Törn zu holen. Da muss ich das letzte Mal richtig von abgeüben. Oh, okay. Sein Karussellfleisch? Meine Scheiße, du bist ja jetzt Beilagenfresser. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Zick mal hier nicht so ab. Wie die Gänse an dir hängen können. Okay. Sollen wir dann mecken gehen und ein paar Kalorien tanken? Ne, Alter, das sind mehr viel zu viele Parkbankphilosophen und Pommes-Panzer. Mann, jetzt komm, irgendwo müssen wir doch was essen gehen. Ich weiß wegen, wenn du drauf bestehst, aber dann will ich jetzt losgehen. Ja, okay, dann geh ich noch kurz auf die Pizzeria und dann können wir los. Jetzt kann ich wieder meine Scheletten anziehen. Jetzt rolle ich mich ja mal ein bisschen rum. Du solltest meinen Becker-Friend rufen. Wenn du das Klarer-Sieb-Test glende meins, dann nein. Ja, stimmt, den schwank ich nicht. Tschüss. Tschüss. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Video so fandet. Bis denn. Tschau. Du musst irgendwas sagen. Ich weiß. Nee. Tschüss.